Hi, willkommen zu einer neuen Folge von Blue Screen Wissen. Heute geht es um Schatten-IT. Habt ihr vielleicht schon mal gehört, aber wisst nicht so richtig, was man da sich darunter vorstellen kann. Was soll das sein, Schatten-IT? Heißt das, dass die IT-Leute alle einen Schatten haben? Kann ich teilweise bestätigen, würde ich mich selber vielleicht auch nicht ausnehmen von dieser Betrachtung. Oder heißt es vielleicht, dass IT-Geräte hauptsächlich im Schatten betrieben werden sollten, weil die sonst zu heiß werden? Braucht man dann, wenn man jetzt zum Beispiel in Afrika irgendwie mit dem Laptop arbeitet, immer irgendeinen zertifizierten Schirm, den man mit sich rumträgt? Nein, keine Sorge, auch darum geht es nicht bei Schatten-IT. Das Thema Schatten-IT heißt im Grunde genommen, dass man Systeme im Unternehmen im Einsatz hat. Nicht jetzt beabsichtigt, aber die sind trotzdem da. Ja, also beispielsweise, es ist eine Mitarbeiterin im Marketing und die hat irgendeine Software, mit der sie selber besonders gut zurechtkommt und mit der arbeitet sie. Das kann jetzt entweder eine Software sein, die lokal auf einem PC installiert ist, weil sie vielleicht die Rechte hatte, oder aber das ist eine Cloud-Lösung, die halt einfach im Internet frei verfügbar ist. Und ja, diese Mitarbeiterin benutzt diese Lösung, die lädt da Daten hoch, die lädt Bilder hoch, die lädt vielleicht auch Texte und Informationen da in diese Lösung rein. Und bei dem ganzen Thema fällt aber häufig einfach das Thema Datenschutz unter den Tisch. Das heißt, diese Mitarbeiterin, die meint es ja gar nicht böse. Die benutzt Technik, die einfach zur Verfügung steht, weil man sie im Internet erreichen kann oder weil man sie sich einfach lokal installieren konnte und macht sich da vielleicht gar keine Gedanken drüber, ob denn das jetzt überhaupt aus Sicht des Datenschutzes und aus Sicht der IT-Sicherheit wirklich eine gute Idee ist. Klar, was kann passieren? Wenn das ein Cloud-Dienst ist, der in irgendeinem Land außerhalb von Deutschland oder Europa betrieben wird, und das sind halt nun mal leider die meisten, dann kann ich nicht garantieren, dass die Informationen, die ich dort hochlade, auch tatsächlich so verarbeitet werden und so auch vorgehalten werden, dass eben keine sensible Information an dritte Parteien rausgehen kann. Das heißt, ich habe hier grundsätzlich aus datenschutztechnischer Sicht schon mal ein Problem. Das Gleiche gilt aber nicht nur für solche Cloud-Themen, sondern das gilt zum Beispiel auch für Webmailer. Wenn wir uns mal überlegen, wir haben jetzt schon einige Male über das Thema E-Mail-Security gesprochen. Und ja, was passiert denn, wenn ich jetzt in meiner Mittagspause meine privaten E-Mails auf meinem Firmengerät lese und dafür einfach in den Browser meiner Wahl gehe und dort zum Beispiel Google Mail öffne? So, da habe ich eine E-Mail bekommen. Aha, das klingt recht interessant, da ist auch ein Anhang dran, den lade ich mal runter und gucke mir den an, weil hey, was soll schon passieren? Tja, und dann habe ich genau das Problem, alle Sicherheitsmechanismen, die vorher durch die Unternehmen aufgebaut worden sind, also eine E-Mail-Security zum Beispiel vor dem Mail-Server, eine E-Mail-Security auf dem Mail-System, ein Endpoint-Manager, der sich um diese ganzen Sachen kümmert, das habe ich an der Stelle komplett umgangen, weil ich auf eine Website gegangen bin und über einen Webmailer mir etwas runtergeladen habe und in dem Moment, wo ich es öffne, ja, dann kann es natürlich sein, dass dann hier Schadcode drin steckt oder eben, dass dann eine sonstige Bedrohung einfach ausgelöst wird dadurch und dann habe ich natürlich ein Problem. Klar, da wird dann auch ein Endpoint-Protection-Dienst wie zum Beispiel ein Microsoft Defender losschlagen und sagen, Achtung, Achtung, hier gefährlicher Inhalt, aber wenn die Endpoint-Protection zum Einsatz kommt, dann ist tatsächlich das die allerletzte Hürde und die allerhöchste Eisenbahn. Also soweit sollte es eigentlich gar nicht erst kommen, aber es ist halt an der Stelle tatsächlich durch die Verwendung von einem Webmailer alles an Sicherheitsmaßnahmen, was das Unternehmen getroffen hat, umgangen worden, weil ich das entsprechend erlaubt habe. Und solche Sachen, die nennt man einfach Schatten-IT und es ist unglaublich schwierig rauszubekommen, wer denn wie was im Unternehmen eigentlich verwendet. Klar, wenn ich eine Lösung habe, wie einen Proxyserver zum Beispiel, dann kann ich dort mir entsprechend Statistik rauslassen, ich kann nachgucken, was machen denn die Leute. Aber es hat nun mal nicht jeder einen Proxyserver im Unternehmen. Das ist auch so ein Thema, das stirbt halt nach und nach einfach aus. Ich kann natürlich auch hergehen und sagen, ich löse das per Betriebsvereinbarung. Ja, ich mache eine PC-Nutzungsvereinbarung. Ich erlaube den Leuten eben nicht, dass sie diese private Kommunikation und auch privates Surfen von einem Geschäftsgerät erledigen dürfen. Aber ja, das eine ist ein Stück Papier, das andere ist, was machen die Leute damit. Und da muss wirklich keine böse Absicht dahinter stecken, sondern das ist halt ein rein menschliches Verhalten. Und wenn ich den Leuten quasi zwar per Papier verbiete, es zu tun, aber sie können es dann trotzdem, dann wird es auch relativ schnell zu so einer genannten betrieblichen Übung beziehungsweise einfach einer konkludenten Handlung. Ich habe zwar dafür unterschrieben, aber es kontrolliert keiner und es sagt auch niemand, dass ich es nicht tun soll. Also wird es schon passen. Und da muss man halt einfach tatsächlich A, die Leute natürlich durch zum Beispiel Awareness-Trainings immer wieder auf den Stand bringen und sagen, hier, pass auf, tu dieses nicht oder achte auf das. Aber auf der anderen Seite kann man natürlich hier auch mit technischen Mitteln einfach gut dagegenhalten. Und da gibt es eben auch Lösungen dafür, die dann eben auf Basis des Traffics, den jeder einzelne Rechner eben entsprechend verursacht, analysiert wird, was tun die Leute. Und ich kann mir dann auch zum Beispiel automatisiert Warnungen ausgeben lassen, wenn jetzt auf einen Schlag auf einmal zum Beispiel GitHub einen Zusatz an Traffic produziert, weil vielleicht jetzt irgendein Projektteam in meinem Unternehmen festgestellt hat, dass es super ist, Programmcodes oder allgemein strukturierten Quellcode auf GitHub zu veröffentlichen, um dann dort diese Vorteile von GitHub zu nutzen, dann kann ich das so einstellen, dass das System mich sozusagen warnt und sagt, Achtung, ich habe hier eine neue Web-Application gefunden, die verursacht mehr Traffic als üblich. Bitte guckt doch da mal nach, lieber Admin. Oder aber man kann es auch andersrum spielen, dann sind wir dann auch wieder bei den Proxys beispielsweise oder eben solchen Lösungen, die einfach als Web-Application-Filter da sind, dass ich sagen kann, ich möchte prinzipiell nicht, dass Webseite A, B oder C aufgerufen werden kann oder ich filtere es einfach nach der Klassifizierung raus. Ich möchte als Unternehmen nicht, dass zum Beispiel Websites zum Thema File-Sharing, Downloads, Hacking oder auch zu sexuellen Inhalten überhaupt aufgerufen werden dürfen aus meinem Unternehmen. Damit kann ich das Ganze schon mal ein bisschen eingrenzen. Und wenn ich es dann noch genauer möchte, kann ich dann auch zum Beispiel noch sagen, ich möchte vielleicht für eine Benutzergruppe schon, dass sie es darf, für eine andere Benutzergruppe möchte ich das Ganze nicht. Klingt interessant? Dann gute Neuigkeiten an dieser Stelle. Das gibt es, wie gesagt, zum Beispiel in Form von Proxydiensten, die man sich einrichten kann. Kann man entweder als Appliance sich ins Unternehmen stellen oder aber auch als gehostete Lösung kann man es bekommen. Verkaufen wir zum Beispiel auch als Lösung. Oder aber man kann zum Beispiel Dinge wie das Thema Microsoft Cloud App Security benutzen. Das ist in manchen Plänen schon dabei. Ansonsten kann man sich für kleines Geld dazu buchen. Ab dem Moment läuft der Traffic durch den Sensor, zum Beispiel von dem Defender. Und hier wird das Ganze entsprechend bewertet. Ich kann sehen, welcher Client hat denn was getan. Ich kann auch hier sagen, ich möchte keine Webmailer zum Beispiel erlauben innerhalb meines Unternehmens. Und damit ist das ganze Thema an der Stelle schon vom Tisch. Das heißt, wir als Admins bekommen eine wirklich gute Transparenz. Wie verhalten sich denn die Benutzer? Wohin gehen denn Daten auch vielleicht von lokal installierten Applikationen? Welche Applikation spricht mit dem Internet? Und kann dann hergehen und einfach mit der Lupe mir das Ganze genauer anschauen und entsprechend Gegenmaßnahmen treffen. Und ja, letzten Endes hat das natürlich auch was mit Compliance zu tun. Das heißt, ich werde durch die Verwendung solcher Werkzeuge auch einfach ein Stück mehr Compliant, als ich es vorher gewesen bin. Gerade eben vor allem aus Sicht der Datenschutz-Grundverordnung, aber natürlich auch aus Sicht der IT-Security. Das soll es zum Thema Schatten-IT heute schon wieder gewesen sein. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Wenn ihr Fragen dazu habt, dann nutzt doch gerne das Kontaktangebot von mir. Also unten in den Shownotes, da unten findet ihr entsprechend einmal meine E-Mail-Adresse. Ihr könnt mir also direkt eine E-Mail schreiben aus eurem Podcast-Programm oder über YouTube, je nachdem, wo ihr die Folge gerade hört. Und da ist auch neuerdings ein Link dabei für kostenlose Erstberatungen. Das heißt, ihr könnt, wenn ihr diesen Link klickt, bei mir direkt in meinen Kalender reinschauen, könnt euch einen 30-Minuten-Slot bei mir entsprechend reservieren. Das Ganze ist komplett unverbindlich und kostenlos. Dann können wir einfach mal 30 Minuten darüber sprechen, was euer Thema ist. Und wenn euch das gefällt, was ich so zu erzählen habe, dann würde ich mich freuen, wenn daraus dann vielleicht mal ein Workshop entsteht oder einfach ein Projekt. Wie gesagt, das soll es gewesen sein für die heutige Folge. Ich hoffe, ihr könnt ein bisschen was für euch auch wiederum anwenden. Und ansonsten macht es gut. Bis zur nächsten Folge. Bis bald. Euer Alex. Ciao. 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 Ciao.